Ja, also hier in der Region glaubt man an Geister und Dämonen und diese Dämonen schützen diese ganze Provinz. Jeder glaubt daran und überall sind Dämonen aufgehangen. Glaubt ihr auch daran? Ja, überall hier im Tempel den Dämonen aufgestellt. Tempel der Dämonen. 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 Vielen Dank. Die ist ja richtig furchterregend aus. Wie sieht es da drinnen aus? Mit Zunge auch. Aus Gummi ist das. Was hältst du? Die ist ja richtig furchterregend aus. Palmenblätter sind das bemalt. Ja, hier sind keine Buddha-Statuen. Hier sind nur Dämonen-Statuen. Boah. Ja, wir sind hier im Tempel der Dämonen. Ja, dann verabschiede ich mich mal von der Provinz der Dämonen-Loi und hier in Danzai. Ja, und dann sagen wir, beschützt uns auch mal und alle YouTuber. Hängt euch zu Hause auch Dämonen auf. Ja, und dann sage ich mal Tschüss, der Dieter aus Danzai. Und wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nichts. Hier ist auch ein großer Dämonen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.